Hallo, mein Name ist Melina Kostic. Ich bin die etwas andere Physiotherapeutin für Mensch und auch für Tiere. Und ich mache mich für Frauen stark, für Menschen stark, die unbeweglich sind, die vielleicht etwas mehr auf den Rippen haben, um sich zu zeigen. Zeigt euch alle da draußen. Ja, und wir sind heute Abend hier im Zoom-Call beim Ernst Krameri und erfahren, wie wir uns zeigen können, wie wir euch zeigen können, dass ihr euch zeigt. Was für ein Wortspiel. Also es ist wirklich ganz, ganz cool. Wir haben hier unglaublich viel erfahren, was Online-Kongresse wirklich machen. Also da geht es echt ans Eingemachte. Vielen herzlichen Dank, Ernst, dass du zu so später Stunde mit uns noch hier zugange bist. Mille grazie.